Hey Leute und willkommen bei mir on Nyx Gaming. Heute zeige ich euch, wo ihr Rabios Mütze in Zelda Tears of the Kingdom finden könnt. Das ist aber noch nicht alles. Ich erkläre euch zusätzlich, welche Effekte Rabios Mütze hat. In dieser Videoreihe zeige ich euch, wo ihr alle Rüstungssets inklusive der Amiibo Rüstungssets in Zelda Tears of the Kingdom finden könnt, welche Effekte die Rüstungssets beim Tragen haben und wo ihr die benötigten Materialien für alle Upgrades finden könnt. Machen wir in diesem Video weiter mit Rabios Mütze. Rabios Mütze ist ein einzelnes Rüstungsteil und gibt es nicht als komplettes Rüstungsset. Ignoriert deshalb die Rüstung und die Stiefel die Link trägt. Ihr findet Rabios Mütze im Untergrund in der abgelegenen Arena. Falls bereits freigeschaltet, teleportiert euch am besten zur Ezose-Wurzel und lauft von dort aus bis zur Arena. In der Arena müsst ihr nun gegen viele verschiedene Exalfosse kämpfen. Haltet vor allem bei den ganzen Elementarexalfossen einen großen Abstand, denn diese können Feuer, Eis und Elektroangriffe einsetzen und euch immensen Schaden zufügen. Um die Feuer- und Eis-Exalfosse sehr einfach zu besiegen, verwendet bei Feuerexalfosse einfach zum Beispiel eine Eisfrucht oder einen Saphir und schießt ihn mit einem Pfeil ab. Damit stirbt der Feuerexalfoss sofort. Bei Eis-Exalfossen verwendet ihr dann Feuerfrüchte oder Rodonite mit einem Bogen. Alle anderen Exalfosse besiegt ihr am besten mit perfekten Ausweichen und dann mit einem Zeitlupeangriff. Verwendet hier dann eine starke Nahkampfwaffe. Habt ihr dann alle Exalfosse in der Arena besiegt, schaltet ihr auch schon die Truhe in der Mitte frei. In der Truhe findet ihr dann auch schon Rabius-Mütze. So jetzt habt ihr Rabius-Mütze erhalten, kommen wir nun zu den Effekten. Rabius-Mütze hat einen einzigartigen Effekt. Tragt ihr Rabius-Mütze, dann seid ihr beim seitlichen Klettern deutlich schneller. Verwendet also gerade am Anfang des Spiels unbedingt Rabius-Mütze, wenn ihr mal wieder irgendwo klettern müsst. So und da sich Rabius-Mütze nicht upgraden lässt, war es das auch schon. Jetzt habt ihr Rabius-Mütze mit einem Rüstungswert von 2 erhalten. In weiteren Videos erfahrt ihr dann, wo ihr die anderen Rüstungssets finden könnt, welche Effekte die Rüstungen haben und woher ihr das nötige Material für die Upgrades bekommt. Schreibt mir gerne einen Kommentar, welches Rüstungsset ihr als nächstes sehen wollt. Ich habe euch mein Video zum schweren Hydea-Rüstungsset oben rechts in der Infokarte und in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, lasst einen Like da, werdet Mitglied, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein! Bis zum nächsten Mal und haut rein!